Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe, zur 8. Runde unserer Social Media A-Vorlesung, der letzte Termin im Jahr 2023. Wir haben dann im Jänner noch zwei gemeinsame Termine, beziehungsweise Sie haben drei. Am 25. Jänner findet dann der erste Prüfungstermin statt. Wie zu Beginn der Vorlesung angekündigt, prüfungsrelevant sind die Aufzeichnungen im Moodle, sowie die Zusammenfassungen, die Sie dort finden. Ich glaube, wenn Sie sich die Vorträge anhören, dann sollte die Prüfung keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Trotzdem haben Sie ja die Möglichkeit, die freiwilligen Übungsarbeiten abzugeben. Die erste ist bereits vorbei. Die zweite Übungsarbeit werde ich Ihnen im Anschluss an die Vorlesung gemeinsam mit der Aufzeichnung online stellen. Da haben Sie dann Zeit, bis zum 11. Jänner die zu machen. Wird sich vom Umfang in einem ähnlichen Bereich bewerben. Wie Sie wissen, 2,5 Punkte pro abgegebener Übungsarbeit bekommen zwei bei mir und zwei bei Wolfgang Segelowitz im B-Teil. Das bedeutet maximal 10 Punkte, wenn Sie diese Übungsarbeiten machen, was einem Notengrad entspricht. Der Grund, warum wir das so eingeteilt haben, ist, weil eben universitätsrechtlich, beziehungsweise, was die Regelungen von Vorlesungen betrifft, diese nur maximal Übungen sozusagen enthalten dürfen, freiwillige Übungen, die Sie um einen Notengrad verbessern. Ich bin kein Fan von faktenbasierten Prüfungen. Wie bereits mehrmals erwähnt, Jahreszahlen, Statistiken und Daten werden nicht abgefragt. Es geht eher um die größeren Zusammenhänge. Und da schließt sich heute ein Kreis, wenn Sie so wollen. Wir haben ja im bisherigen Verlauf des Semesters uns unterschiedliche Verbreitungsmechaniken oder Verbreitungssysteme angesehen. Auf Social-Media-Plattformen gibt es zum einen die organische Reichweite, die über die Algorithmen gesteuert wird. Zum anderen ist es auf allen Plattformen auch möglich, Werbung zu schalten. Das passiert im Normalfall über die Werbemanager der einzelnen Plattformen, die ich Ihnen in der letzten Woche gezeigt habe. Das heißt, Sie als Werbetreibende, als Werbetreibender, legen Ihre Zielgruppe fest anhand der Targeting-Kriterien, die das jeweilige Netzwerk eben ermöglicht. Da gibt es Unterschiede. Auf Facebook-basiert ist das Targeting eher Interessens-Hobby-basiert. Auf LinkedIn geht es eher um berufliche Daten wie Branche, Jobtitel und so weiter. Und anschließend zeigen Sie Ihr Werbesuchee bzw. Ihre Werbesuchees der ausgewählten Zielgruppe an. Die Reichweite wird dabei sozusagen begrenzt vom Budget und nach Ablauf dieser Kampagne liefern Ihnen die jeweiligen Plattformen die entsprechenden Leistungsdaten. Also beispielsweise, wie häufig wurde diese Werbeanzeige ausgespielt, wie viele Personen haben Sie gesehen, wie viele haben draufgeklickt und so weiter. Im organischen Bereich ist es natürlich für Unternehmen ebenfalls sehr relevant bzw. interessant zu wissen, auf wie viel Interesse Ihre Inhalte eigentlich stoßen. Und natürlich im Social-Media-Bereich ist manches transparent. Einiges schwimmt sozusagen unterhalb der Spitze des Eisbergs. Wenn Sie an persönliche Profile auf Facebook denken beispielsweise, da sehen Sie eigentlich nur die Personen, die mit dem Beitrag interagieren, das heißt diejenigen, die Ihren Beitrag liken, kommentieren oder teilen. Sobald eine solche Aktion passiert, taufen die Personen dann auch namentlich auf. Sie sehen die Liste der Leute, die Ihren Beitrag geliked, geteilt oder eben kommentiert haben und wissen dann dadurch, wer darauf reagiert hat. Weitere Daten, wie hoch die Reichweite Ihres Beitrags ist, wie viele Personen da geklickt haben und so weiter, die zeigt Facebook bei persönlichen Accounts nicht an, bei Unternehmensseiten allerdings schon. Aus Planungssicht, aus Ressourcensicht, wenn es um die Planung, und wir befinden uns ja gerade wieder am Jahresende, der Social-Media-Aktivitäten sowohl im organischen als auch im bezahlten Bereich geht, dann ist für Unternehmen natürlich eine Frage ganz, ganz wesentlich. Welche Ergebnisse erzielen wir mit unseren Aktivitäten? Bei einer Kampagne, erinnern Sie sich an die unterschiedlichen Ziele, kommt es immer darauf an, was man erreichen möchte. Das ist auch sehr eng verbunden mit dem sogenannten AIDA-Fundle. Bei neuen Produkten, beispielsweise bei Startups, kann es in der Startphase mal interessant sein, dass die potenzielle Zielgruppe überhaupt davon erfährt, dass ihr Produkt existiert, im Normalfall die Vorbedingungen für einen Kauf. Das heißt, da könnte beispielsweise das Ziel einer organischen oder genau so einer bezahlten Kampagne die Reichweite sein, also möglichst viele Touchpoints, möglichst viele Kontakte in der relevanten Zielgruppe. Wenn Sie ein bereits am Markt etabliertes Produkt verkaufen mit einem festen Kundenstamm, aber Sie möchten Ihren Umsatz steigern, dann ist möglicherweise bei einer Kampagne nicht die Reichweite bzw. die Impressions das Hauptziel, sondern wie viele Käufe Sie dadurch generieren können bzw. wenn es beispielsweise um einen Online-Shop geht, wie viele Neuregistrierungen an Kunden Sie mit Ihrer Kampagne generieren können. Sie sehen schon anhand dieser Beispiele, es gibt für die Messung von Social Media Aktivitäten kein fixes, starres Grit, sondern es hängt davon ab, welche Ziele ein Unternehmen erreichen möchte im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, möglichst gut abbilden zu können, wie eben die Dinge, die auf Social Media basieren bzw. aus den Daten, Zahlen und Fakten, die Sie bekommen, abzulesen, inwieweit Ihre Aktivitäten der Zielerreichung dienlich sind. Daraus errechnet sich ein im Online-Marketing, in der professionellen Kommunikation sehr wichtiger Wert namens ROI oder ROI, der Return of Invest. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt umrechnet und sagt, Sie werfen vorne sozusagen einen Euro rein, wie viel an Umsatz oder Gewinn kommt dann hinten raus. Das sollte im Idealfall bei erfolgreichen Social Media Aktivitäten natürlich ein positiver Faktor sein. Wie gesagt, nicht in jedem Fall lässt sich der Erfolg einer Kampagne jetzt direkt am Umsatz messen. Es kann auch andere Ziele ergeben. Es gibt auch Lobbying-Kampagnen und so weiter. Selbe gilt für die organische Reichweite. Nun möchte man natürlich als Unternehmen wissen, wie es mit diesen Zahlen aussieht. Und die erste Auskunftstelle dazu sind sozusagen die Plattformen selber. Wenn es also um das Thema Social Media Monitoring, Social Media Analytics geht, unterscheiden wir grundsätzlich zwischen zwei Bereichen, für die es auch relativ unterschiedliche Tools gibt. Der erste Bereich ist das, was ich eben beschrieben habe, die Analyse der eigenen Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen. Sie möchten als Unternehmen in der Regel wissen, wenn Sie auf Ihrer Facebook-Page, auf Ihrer LinkedIn-Seite einen Beitrag veröffentlichen. Sagen wir mal, es handelt sich um ein Video. Wie viele Leute haben den gesehen? Auch sehr interessant, wie viele Leute, die begonnen haben, den Beitrag anzusehen, haben dann abgebrochen? An welcher Stelle haben sie abgebrochen? Das heißt, das kann man beliebig detailliert machen. Und wie detailliert die Daten sind, die Sie bekommen, hängt eben von der jeweiligen Plattform ab. Aus diesen Daten werden Sie im Normalfall versuchen, Schlüsse zu ziehen, die es Ihnen erlauben, Ihre zukünftigen Inhalte zu optimieren. Ganz simples Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen postet auf Facebook regelmäßig 5-Minuten-Videos, sieht dann in den Analysedaten, dass diese Videos zwar angesehen werden, dass aber der Großteil der Zuseherinnen spätestens nach einer Minute aus dem Video aussteigt, beziehungsweise aufhört, das weiterzuschauen. Man könnte daraus dann die Marketingabteilung den Schluss ziehen, dass es möglicherweise besser wäre, in Zukunft mit kürzeren Videoformaten zu arbeiten, um auch zu einer höheren View-Through-Rate zu kommen. Die Wertigkeit der einzelnen Signale, ob Sie jetzt in Ihrem Monitoring Views höher bewerten, beispielsweise oder Likes oder Kommentare oder Klicks auf die Webseite, ist eine Frage des jeweiligen Analysemodells, das Sie nutzen. In der Regel haben Unternehmen Präsenzen auf mehreren Plattformen. Es gibt im B2B-Bereich natürlich Unternehmen, die nur LinkedIn verwenden. Es gibt im Lifestyle-Mode-Bereich Unternehmen, die nur Instagram verwenden. In den meisten Fällen haben Sie mehrere Plattformen. Und für ein Reporting, für die Darstellung der Gesamtergebnisse, gibt es dann sozusagen zwei Ansätze. Entweder Sie nutzen die Interfaces der jeweiligen Plattformen, die werden wir uns dann auch gleich live ansehen, um einen Blick auf diese Daten zu werfen. In den meisten Fällen haben Sie dort auch Exportmöglichkeiten. Das heißt, Sie können sich diese wöchentlichen, monatlichen, quartalsmäßigen Daten dann als Tabelle, als CSV-Sheet exportieren und gegebenenfalls in Excel oder einem anderen Tool so aufbereiten, wie Sie das möchten, weil man ja normalerweise ein Gesamtbild über die unterschiedlichen Channels bekommen möchte. Es gibt allerdings auch spezialisierte Anbieter für sogenannte Social-Media-Dashboards in unterschiedlicher Komplexität. Das sind spezialisierte Tools, die eigentlich nur eine einzige Sache machen, nämlich alle diese Daten aus den bezahlten Kampagnen, aus den organischen Social-Media-Kanälen in einem Übersichtsbild darzustellen. Das kann dann beispielsweise so aussehen, das ist nur ein Beispiel, es gibt da sehr viele Anbieter, der hier heißt in dem Fall Gekoboard. Manche dieser Dashboards aggregieren sämtliche Social-Media-Kanäle, andere fügen auch noch weitere Daten hinzu. Denken Sie beispielsweise an die Besucher der eigenen Webseite oder an AdWords-Kampagnen und Sie bekommen da, man sieht es hier am Screenshot, eben die Reichweiten auf den einzelnen Netzwerken. Hier links sehen Sie Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram dargestellt. Sie haben da noch einige Kurven über die einzelnen Verläufe und hier in den mittleren beiden Spalten sehen Sie die Performance der aktuell laufenden Werbekampagnen, LinkedIn-Kampagnen, die Ausgaben, beziehungsweise auf Facebook Ausgaben, Klicks und der CPC. Haben wir ebenfalls bereits in der letzten Woche erwähnt, der Cost per Click und hier in der rechten Spalte haben Sie dann noch die Erwähnungen des Unternehmens auf Twitter. Also das wäre typisch so ein Dashboard, das Ihnen einen Überblick erlaubt. Jetzt manche Unternehmen, das kenne ich natürlich auch aus meiner eigenen beruflichen Praxis oder ich würde fast sagen im deutschsprachigen Raum der Großteil der Unternehmen, wertet diese Daten in bestimmten fixen Intervallen aus. Es gibt monatliche Reportings, wöchentliche Reportings, eher seltener, manchmal quartalsweise. Und dann schaut man sich das eben an und versucht die getroffenen Maßnahmen mit den Ergebnissen in Beziehung zu setzen. Im Startup-Bereich, gerade bei agilen Unternehmen, die sehr schnell agieren, im Online-Bereich, wo es um neue Online-Services geht, ist eines der Credos der meisten Startups, sehr schnell einen MVP zu kreieren. Das steht für Minimum Viable Prototype. Also schnell mal eine, wenn Sie so wollen, frühe Beta-Version des Services anzubieten, damit sich so früh wie möglich erste Testkunden registrieren können und das Unternehmen dann auch das Feedback dieser Kunden nutzen kann. Das können Sie sich vorstellen, und bei vielen Startups, die agieren da so agile, dass die Entwicklungszyklen teilweise deutlich kürzer als eine Woche sind. Und da ist natürlich diese Art von Echtzeit-Feedback auch sehr interessant. Aber diese Art von Monitoring, von Social Media Analyse, die bezieht sich eben auf die Auswertung der eigenen Aktivitäten. Daneben gibt es noch einen zweiten Bereich, der mindestens genauso spannend sein kann. Der wird normalerweise als Social Media Listening bezeichnet. Beim Social Media Monitoring werten Sie Ihre eigenen Kanäle aus. Beim Social Media Listening versuchen Sie, aus den auf den verschiedenen Netzwerken öffentlich verfügbaren Teil der Kommunikation für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihre Marke relevante Informationen zu extrahieren. Was soll das heißen? Das bedeutet in der Praxis, Social Media, wenn man jetzt mal alle Plattformen als großes Ganzes betrachtet, dann ist das ein riesengroßes Forum, auf dem sich Personen, unterschiedliche Personen und Interessensgruppen über Themen unterhalten. Aus dieser Perspektive kommt auch die Einschätzung oder Klassifizierung von Social Media, die Sie häufig in der Literatur finden, als Marktplatz von Gesprächen. Daher rührt auch die Einschätzung, dass Unternehmen oder Personen, speziell wenn Sie eine gewisse Bekanntheit genießen, gar nicht die Wahl haben, ob Sie denn auf Social Media präsent sein möchten oder nicht. Denn Personen sprechen über Sie, über Ihr Produkt, über Ihre Marke, egal ob Sie selber einen Channel betreiben. Und kann für Sie natürlich hochgradig interessant sein, was denn die Kunden so sagen. Beim Social Listening geht es also darum, die einzelnen Plattformen zu durchsuchen, soweit die ihre Inhalte durchsuchen lassen. Im Fall von Facebook ist es ja beispielsweise so, dass Beiträge auf Unternehmenseiten öffentlich sind, Beiträge bei persönlichen Accounts, da hängt es von den jeweiligen Sichtbarkeits- beziehungsweise Privacy-Einstellungen ab. Manche Facebook-Nutzerinnen posten ihre Beiträge öffentlich, die sind dann durchsuchbar. Andere schränken das ein, veröffentlichen die zum Beispiel nur für ihre Freunde oder für bestimmte Subgruppen. Die sind dann auch für diese Plattformen im Normalfall nicht durchsuchbar. Das heißt, wir sprechen hier sozusagen vom zugänglichen Teil des Social Web. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, warum nutzt man da nicht gleich Google? Google als Suchmaschine indexiert zumindest derzeit nur relativ kleine Teile der Informationen, die im Social Web zugänglich sind. Spezialisierte Suchmaschinen schaffen da wesentlich mehr und sind zum Zweiten auch auf eine aggregierte Aufbereitung spezialisiert. Das hängt natürlich immer davon ab, wenn Sie ein neues Startup gründen, in Wien beispielsweise auf der Suche nach Ihren ersten Kunden sind, Ihr Unternehmen kaum bekannt ist, dann wird es keine ausufernden Mengen an Dialogen über Sie geben, weil eben zu wenig Leute Sie kennen. Bei größeren Unternehmen, bekannten Marken, ist das Volumen dieser Daten natürlich größer. Das heißt, es ist einmal eine Frage der Skalierung. Wie viel Material muss ich hier monitoren? Wenn es sich um einzelne Erwähnungen handelt, dann tut es vielleicht eine simple Stichwortsuche und man schaut sich das sozusagen qualitativ einzeln an. Wenn es um größere Unternehmen geht, wo vielleicht pro Tag Zehnhunderte, in manchen Fällen sogar Tausende Tweets und Meldungen auftauchen, dann sind natürlich Tools sehr, sehr hilfreich, die diese Meldungen entsprechend gruppieren und klassifizieren. Da kommt auch ein Konzept ins Spiel, das in der Medienbeobachtung schon länger eine Rolle spielt, die sogenannte Sentimentanalyse. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da geht es darum, ein Stimmungsbild zu erheben. Ganz simpel runtergebrochen wird über ein Thema, ein Unternehmen, eine Marke in der Öffentlichkeit, in Medien klassischerweise eher positiv oder negativ gesprochen. In der klassischen Sentimentanalyse, wie das beispielsweise auch die Austria Presse Agentur anbietet, sitzen da Personen, die die einzelnen Zeitungsartikel auswerten und anhand eines Klassifizierungssystems eben einschätzen, ist dieser Artikel positiv, neutral, negativ, manchmal auch noch feiner abgestimmt. Im Online-Bereich gibt es schon deutlich länger als AI-Tools, zumindest leistungsfähige AI-Tools, verfügbar sind, solche automatisierten Sentimentanalysen. Die komplexeren basieren auf semantischen Sprachmodellen, denn es geht ja darum, den Bedeutungsgehalt dieser Aussagen mehr oder weniger automatisiert zu extrahieren. Teilweise, die simpleren, beruhen auf einfachen Wortlisten. Das heißt, die Hypothese lautet dann, wenn ein Tweet beispielsweise positiv konnotierte Adjektive wie good, nice, great enthält, handelt es sich um eine positive Meldung, Smilies werden da auch einbezogen. Das können Sie sich vorstellen, diese Art der Sentimentanalyse ist natürlich ausgesprochen anfällig beziehungsweise nicht in der Lage, Sarkasmus und Zynismus zu erkennen. Wenn da jetzt jemand tweeten würde, mein Starbucks-Kaffee war gestern wieder dermaßen bitter, dass ich kein Brechmittel extra zu mir nehmen musste, großartig, dann würde möglicherweise ein solches Tool diesen Beitrag als positiv erkennen, weil großartig drin steht. Mittlerweile sind wir einige Jahre weiter und gerade bei diesen Sentimentanalysen sind natürlich AI-Tools beziehungsweise Large Language Models sehr, sehr hilfreich und auch sehr viel besser in der Lage, diese Aussagen zu klassifizieren. Das heißt, bei entsprechend großem Volumen liefern diese Sentiment-Tools, die kosten dann auch entsprechend viel für große Unternehmen, auf einen Blick ein Stimmungsbild und stellen natürlich auch einzelne Beiträge, die vielleicht besonders bemerkenswert positiv oder negativ sind da. Das wäre jetzt im Bereich des Social Listening die sozusagen das aktuelle bis hin zum tagesaktuellen Stimmungsbild über ihr Unternehmen. Social Listening ist auch ein bewährtes Mittel, ich würde fast sagen, die einzige Methode zur Verhinderung, könnte man jetzt nicht sagen, aber zumindest zum frühzeitigen Reagieren, wenn ein Shitstorm am Horizont heraufzieht. Auch dieses Wort ist Ihnen vermutlich bekannt. Eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Also als Shitstorm bezeichnet man eine kommunikative Krise im Social Media Bereich, sprich sehr viele Nutzerinnen beschweren sich lauthals öffentlich über einen wirklichen oder vermeintlichen Fehler eines Unternehmens. Das kann sehr unangenehm sein und schnell mal zu einem sehr schlechten Bild in der Öffentlichkeit führen. Die Fälle sind sehr individuell, es gibt etliche Anekdoten zu solchen Shitstorms und wie gesagt, im Kern hängt es natürlich davon ab, was ein Unternehmen tut beziehungsweise worum es im Kern dabei geht. Aber wenn man einen Shitstorm, der lässt sich nicht in jedem Fall verhindern, aber wenn man aus Unternehmen agieren möchte, dann ist das wichtigste Mittel, frühzeitig darauf zu reagieren. Also die Vogelschraustaktik mit Kopf in den Sand stecken, die funktioniert erfahrungsgemäß auch hier gar nicht. Wie erfährt man überhaupt, dass ein solcher Shitstorm im Aufziehen ist? Nun, in der Regel ist der erste Indikator eine starke quantitative Zunahme von Kommentaren, beispielsweise jetzt gehen auch viele dieser Tools her und warnen ihre Nutzerinnen proaktiv, wenn sie feststellen, dass es da plötzlich ungewöhnlich viele Kommentare oder die mit Sentimentanalyse ungewöhnlich viele negative Kommentare gibt. Zum Thema Shitstorm, und das wollte ich Ihnen noch sagen, dieser Begriff existiert interessanterweise tatsächlich nur im deutschsprachigen Raum. Er ist eine Erfindung des deutschen Kolumnisten und Digitalexperten Sascha Lobo und sorgt immer für sehr viel Erheiterung bei Amerikanern und Briten auf Konferenzen. Ich wusste das nicht, ich dachte eigentlich, dass der dort auch geläufig ist. Nein, ist eine spezifisch deutschsprachige Sache. Das heißt, im Auge behalten, was sich so tut und ob es möglicherweise zu Krisen kommt, ist interessant. Die Erwähnungen des eigenen Markennamens, der eigenen Produktnamen im Auge zu behalten, kann interessant sein. Und dann gibt es natürlich noch einen Bereich im Social Listening, der jetzt nicht direkt mit den eigenen Produkten, mit den Brand Keywords zusammenhängt, sondern stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen, das Filmdrohnen herstellt. Dann ist es natürlich auch interessant, generell im Auge zu behalten, worüber unterhalten sich Personen, die sich für Drohnen interessieren, die sich für Luftfotografie interessieren. Was sind aktuelle Trends in diesem Bereich? Da wird Ihnen Google, da werden Ihnen Google Alerts auch weiterhelfen können, aber ein Teil dieser Unterhaltungen basiert natürlich mittlerweile auch auf Social Media Plattformen. Und da ist es klarerweise ein großer Vorteil für Unternehmen, frühzeitig entsprechende Entwicklungen mitzubekommen, um dann eben auch kommunikativ oder in der Gestaltung ihrer Produkte oder Dienstleistungen darauf zu reagieren. Werfen wir zuerst einen Blick auf den ersten Bereich, das Monitoring, also die Auswertung der eigenen Aktivitäten. Was kann man aus diesen Zahlen herauslesen? Das hängt in erster Linie vom Framework ab, dass man sich zuerst selbst bastelt. Wenn Sie selber Social Media Channels betreiben, sei es ein Instagram Account oder ein YouTube Channel, dann tun Sie gut daran, einen Blick auf die Statistiken zu werfen. Es ist ja kein Zufall, dass bei vielen Plattformen, zum Beispiel bei Instagram, bekommen Sie, wenn Sie Ihr Konto vom Privatkonto auf ein Businesskonto umstellen, erweiterte Statistiken, weil die natürlich im Normalfall sehr wertvolle Einblicke liefern. Das simpelste Learning, welche meiner Beiträge haben gut funktioniert. Da sehen Sie auch ohne Statistiken bis zu einem gewissen Grad an den Likes, aber hier genauer nachzuschauen, kann natürlich sehr interessant sein. Wenn Sie daraus jetzt Schlüsse ziehen wollen, sei es für die Optimierung der Reichweite Ihres eigenen Channels oder sei es als Social Media Managerin für ein Unternehmen, dann gibt es fünf Punkte, die Sie berücksichtigen sollten in der Definition Ihres Analyse-Frameworks. Die Kennzahlen, die Sie erheben, sollten spezifisch sein für Ihr Produkt. Was bedeutet spezifisch? Sie bekommen auf mehr oder weniger jeder Social Media Plattform Daten wie Impressions, Klicks, die sich auch bis zu einem gewissen Grad vergleichen lassen. Spezifisch bedeutet aber, es gibt unterschiedliche Benchmarks, beispielsweise gibt es auch sehr viele Quellen online dazu, wenn wir das Ganze in einer Werbeanzeige durchexerzieren, wie gut funktionieren im Durchschnitt Werbeanzeigen in der Branche Lebensmittel, beispielsweise. Diese Benchmarks zu kennen, die eigenen Kampagnen daraufhin abzugleichen, gibt Ihnen überhaupt erst ein realistisches Bild. Liege ich da im Durchschnitt, bin ich besser oder schlechter als der Rest? Das kann man natürlich auch noch auf Regionen oder Ländern auftröseln. Ziele sind wichtig, aber sie müssen auch messbar sein. Wenn Ihr Ziel ist, ich möchte im Kopf meiner Kunden präsent sein und meinem Produkt ein positiveres Image verpassen, dann ist das etwas, das sich nicht direkt und unmittelbar aus den Zahlen ablesen lässt. Da wären wahrscheinlich eher qualitative Nachfragen interessant. Was Sie auf Social Media messen können, sind die Zahlen, die Sie bekommen. In vielen Fällen, beispielsweise bei Online-Shops, ist das Handover sehr interessant. Was meine ich damit? Jemand sieht die Werbung auf Facebook, klickt auf diese Werbeanzeige, gelangt dadurch in Ihren Online-Shop. Das nachvollziehen zu können, also auch diese Wege der Nutzerinnen, ist hochgradig spannend. Das erlaubt Ihnen auch beispielsweise solche Vergleiche, wie zu sagen, funktionieren meine pro eingesetzten Euro, funktionieren meine Facebook-Kampagnen oder meine AdWords-Kampagnen besser. Gerade das ist ein Bereich, der für Marketer sehr spannend ist. Dessen technische Umsetzung, das wird Sie jetzt auch nicht überraschen, aber natürlich durch die Erfordernisse der DSGVO nicht gerade einfacher geworden ist. Immer mehr Nutzer verwenden auch gezielte technische Systeme, Browser-Extensions oder Ähnliches oder VPNs, die unter anderem ein solches Tracking zusätzlich erschweren oder gar unmöglich machen. Das heißt, eine Frage ist, was ist messbar? Welche Zahlen kann ich überhaupt validiert generieren? Für die Festlegung Ihrer Ziele ist auch ein Reality-Check sehr interessant. Das Ganze sollte machbar sein. Es ist schön und gut, wenn Sie den Account Ihres Geschäftsführers auf LinkedIn betreuen und am Beginn des Jahres festlegen, wir möchten pro Monat unsere Follower-Anzahl um 50% steigern. Da ist dann die Frage, ist das realistischerweise überhaupt möglich bzw. wie hoch wäre denn dafür der Ressourceneinsatz? Vierter Punkt, sind die Zahlen, die ich da erhebe bzw. sind die Statistiken, die ich generiere, überhaupt relevant? Eine meiner schönsten Anekdoten im Online-Bereich, das war in den frühen 2000er Jahren, war ich auf einer Online-Konferenz und ein sehr geschätzter Kollege von mir, der mittlerweile bei Product Hunt tätig ist, hat einen Vortrag über Statistiken gehalten. Auf einer seiner Slides war einfach nur eine Kurve, Sie kennen das, Kurve, die nach oben zeigt und darunter stand der Text, manche Kurven zeigen unvermeidlich immer nach oben. Was er dann dazu gesagt hat, war, dass viele Unternehmen eben den Fehler machen, man kloppt sich auch gerne auf die Schulter, eben in ihren monatlichen Reportings genau solche Kurven zu verwenden, die beispielsweise das Wachstum an Followern auf Twitter oder Facebook anzeigen und Sie müssen schon sehr viel falsch machen bzw. Ihre potenziellen Kundinnen sehr verärgern, damit egal, mehr oder weniger, wenn es eine gewisse Grundaktivität gibt, nicht ein gewisses Wachstum eintritt. Das heißt, diese Zahlen sind natürlich immer sehr zu hinterfragen, was bedeutet es, mehr 100 Follower mehr zu haben, wie sind die konkreten Auswirkungen. Und der fünfte Punkt ist natürlich das Zeitfenster. Wenn Sie neu beginnen, dann haben Sie vielleicht Zugriff oder Kenntnis von den einen oder anderen Industry Benchmarks. Trotzdem fehlen Ihnen Vergleichswerte. Wird in der Statistik als das Delta bezeichnet, was hat sich geändert von Vergleichszeitraum A zu Vergleichszeitraum B in absoluten Zahlen, in Prozentzahlen. Im Quartal 1 2023 war unser Followerwachstum 10%, im Quartal 2 15%. Was war anders? Gab es mehr Beiträge? Haben wir unser Werbebudget erhöht? All diese Parameter im Auge zu behalten, ist eine relativ komplexe Herausforderung. Und wie gesagt, Dashboards oder einschlägige Tools helfen dabei natürlich weiter. Die erste Anlaufstelle ist allerdings die Statistik beziehungsweise die Insights, wie das meistens bezeichnet wird, der einzelnen Plattformen selber. Also was Sie hier sehen, was ich vorher eben gemeint habe, bei einem persönlichen Facebook-Beitrag, mein Facebook-Account ist erstaunlich tot. Ich verwende den eigentlich wirklich nur mehr für die Vorlesung. Aber hier, das wollte ich Ihnen nur zeigen, wenig überraschend, Sie haben die Likes und Sie sehen dann hier die Namen der Personen, die das geliked haben. Ansonsten zeigt Ihnen Facebook hier keine weiteren Einsichten, Kommentare und Shares. Gibt es keine. Wie viele Leute den Beitrag aufgerufen haben, weiß man nicht. Sollte für Privatpersonen jetzt auch nicht die größte Rolle spielen. Persönlicher Facebook-Account ist er jetzt ohnehin nicht die geeignetste Influencer-Plattform. Bei Facebook-Pages stellt sich das Ganze etwas anders dar. Ich bin hier in der Seitenübersicht einer meiner Facebook-Pages und hier in dem Menü Insights, das Sie hier in der linken Spalte sehen, da gibt es bereits in der Übersicht eine kurze Darstellung der Beitragsreichweite, der Beitragsinteraktionen. 0,0. Oh, jemanden hat die Seite gefallen. Und Sie bekommen dann hier nochmal tabellarisch eine genauere Übersicht aufgeschlüsselt. Das geht aber noch wesentlich feingranulierter. Wenn Sie Facebooks Business Manager nutzen, beziehungsweise Business Insights, wie das heißt, dann können Sie hier auch relativ detaillierte Statistiken generieren, den Zeitraum auswählen. Ich glaube, das geht auf Facebook bis zu drei Jahre zurück. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Sagen wir mal, wir möchten uns dieses Jahr ansehen. Da kommen Sie hier eben Daten zu den Aufrufen, zu den Gefällt-mir-Angaben und Followern. Werbetrends würden hier auch dargestellt werden, nur schalte ich eben keine Werbung auf Facebook. Und was Sie hier sehen mit diesem Exportieren, da können Sie sich diese Daten eben entweder als Bild für Ihren Report oder als CSV zur weiteren Bearbeitung in Excel exportieren. Das sind mal die Übersichtsdaten. Facebook gibt Ihnen auch einige demografische, aggregierte Statistiken zu den demografischen Daten, also Ihre aktuelle Zielgruppe. Wie sieht es da mit der Altersverteilung aus? Wo kommen die her? Potenzielle Zielgruppe kann jetzt natürlich interessant sein für die Erstellung von Anzeigen. Also da geht es immer um das Matching dabei. Benchmarking, das ist genau dieser Bereich, wo ich vorher gemeint habe. Es gibt viele einschlägige Publisher, Expertenmagazine, die solche Branchenbenchmarks veröffentlichen. Sie können aber hier auf Facebook und auch auf einigen anderen Plattformen Unternehmen eintragen, beispielsweise Konkurrenzunternehmen. Sie bekommen dann hier eine Übersicht und sehen sofort, liege ich da im guten Mittelfeld? Bin ich besser oder schlechter unterwegs als meine Konkurrenz? Diese Übersicht gibt es auch zu Facebook-Stories und Content, bei mir nicht, weil ich nichts gepostet habe. Auch hier jede Menge Daten. Ich glaube, Sie sehen auch schon die Herausforderung oder das Problem bei der Social-Media-Analyse ist im Normalfall nicht, dass wir zu wenig Daten zur Verfügung haben, sondern entscheidend ist die Überlegung, welche dieser vielen Daten sind für mich relevant und wie kann ich aus denen Handlungsempfehlungen beziehungsweise Best Practices ablesen. Bei Instagram, wie gesagt, sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Sie haben, das kann ich Ihnen hier auch gleich zeigen, sobald Sie Ihren Account zu einem Business-Account umstellen, bekommen Sie Einblicke in die erweiterten Insights. Die sind dann auch direkt hier über den Link auf Ihrem Profil zugänglich und Sie sehen, es gibt da Statistiken sieben Tage, vierzehn Tage oder über die letzten neunzig Tage, welche Beiträge Ihnen Follower eingebracht haben, auf welche Beiträge Ihre Follower am stärksten reagiert haben. Also auch in dem Fall, ich habe nur ein paar Reels und wenige Beiträge veröffentlicht. Wäre jetzt auch zum Beispiel interessant für Unternehmen, was generiert mehr Interaktionen, sind wir mit Stories, Videos besser dran, Sie wissen wahrscheinlich, glaube ich, ich habe es eh schon erwähnt, auch in dem Semester, auf Instagram geht der Trend sehr stark Richtung Likes. Sie sehen, wie viele Personen Ihr Profil aufgerufen haben, wie viele davon auf den externen einen Link, den Sie dort hinterlegen können, geklickt haben und auch sehr spannend, wenn es darum geht, Ihre redaktionellen Aktivitäten zu planen. Wann sind Ihre Follower am aktivsten? Also das ist hier aufgeschlüsselt nach den Wochentagen und nach den Uhrzeiten. Sehen Sie, zwischen 15 und 18 Uhr sollte ich lieber nichts posten, besser in der Früh oder dann spät am Abend. Das sind natürlich sehr wertvolle Informationen, Speziell wenn Sie einen Account mit 100.000 oder gar mehreren Millionen Followern betreuen, 418 Followern, ist, wie wir in der Sozialwissenschaft sagen würden, das Sample natürlich zu klein, um daraus wirklich valide Schlüsse zu ziehen. Das heißt, wenn Sie mehrere Accounts betreiben, viele Unternehmen wie gesagt, sind aktiv auf Facebook, Instagram, Twitter, einige mittlerweile auch noch auf TikTok, dann kommt YouTube dazu und haben Sie ganz schön viele einzelne Bereiche beziehungsweise einzelne Statistik-Tools, die Sie besuchen müssen, Daten exportieren, importieren und deshalb arbeiten die meisten Analytics-Profis eben mit solchen Dashboards. Die Daten, die Sie von den einzelnen Plattformen bekommen, die sind unter Anführungszeichen kostenlos, also da sind jetzt keine bezahlten Features. Wenn Sie die aber sinnvoll verwerten wollen, dann steckt sehr viel Arbeit dahinter. Wie bereits erwähnt, ich habe Ihnen eines gezeigt, gibt es mehrere spezialisierte Anbieter, die diese Daten aggregieren, zu unterschiedlichen Preisen. Wenn Sie selber, und das machen auch viele Social Media Manager, die ein wenig Programmieraffinität haben, wenn Sie selber gerne mit technischen Tools spielen, es gibt von Google ein kostenlos verfügbares Tool, das hieß früher Google Data Studio, nennt sich jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Google Luca Studio und das ist so ein generelles Visualisierungstool, ist gar nicht spezifisch für Analytics gemacht, sondern Sie können da verschiedene Datenquellen verlinken, unter anderem eben die Daten, die Sie von diesen Plattformen bekommen und dann sehr frei definiert unterschiedliche Dashboards zusammenbauen, das heißt, Sie können selber sagen, ich möchte hier eine Verlaufsgrafik über den Zuwachs der Follower dort und dort haben, ist relativ viel Konfigurationsaufwand, spart es Ihnen dann aber natürlich diese Daten, wenn Sie das beispielsweise monatlich brauchen, jedes Mal händisch zu aggregieren. Wie Sie ja wissen, lade ich unsere Vorlesung im Anschluss immer auf YouTube hoch, auch auf YouTube bekommen Sie Statistiken, das was Sie hier sehen, ist das Channel Dashboard, also die Übersicht meines Kanals, hier haben wir gleich relativ prominent in der Mitte die Channel Analytics, ganz groß die Zahl der Subscriber, auch der Zuwachs in den letzten 28 Tagen und wenn wir uns hier die ausführlicheren Analytics ansehen, hier im Bereich Content, beispielsweise in der Übersicht die Vorlesung von vorletzter Woche, letzte Woche war der Gastvertrag, den habe ich Ihnen auch in Moodle Online gestellt, da sehen Sie hier gleich in der Übersicht die Views der einzelnen Videos und hier im Analytics Bereich kann man da nochmal wesentlich genauer reingehen, das wird auch in Echtzeit aktualisiert und Sie sehen hier, das ist jetzt eingestellt auf die letzten 28 Tage, auch hier können Sie den Zeitraum verstellen, ich nehme mal ein Jahr zurück, dann sehen Sie hier eben die gesamte Anzahl der Views, wenn Sie Ihren YouTube Kanal ambitioniert betreiben und ein Auge auf potenzielle Monetarisierung werfen, sind diese Daten natürlich umso relevanter, weil Sie dann eine bestimmte Anzahl sowohl von Followern als auch von Stunden, von Viewtime pro Monat benötigen die insgesamt das ist hier diese Wortstelle die insgesamt Wortstelle 1300 Stunden 5 Subscriber haben den Channel verlassen das passiert immer wieder wenn man die Vorlesung jedes Semester hält wir haben hier wenn wir auf sie more klicken und das sieht jetzt wie gesagt die aggregierten Daten die sich auf die gesamten Videos im Channel beziehen eben in diesem Zeitraum hier die letzten 365 Tage ich hoffe sie können das erkennen wenn man hier auf die einzelnen Linien fährt das sind die einzelnen Videos in dem Fall hier unsere Vorlesungen weil das sind die einzigen Clips die ich hochlade und da war die orange Linie die Social Media 04 DSGVO ist da eindeutig der Spitzenreiter sie sehen hier die Traffic Sources auf YouTube also wie kommen die Personen zu den Videos wenn jemand von ihnen den Clip in Moodle ansieht das ist eingebunden auf einer externen Webseite das fällt hier unter External es sei denn sie nutzen einen Privacy Tracker dann kann es nicht zugeordnet werden ein Teil ein Teil ein Teil der Views kommt über die YouTube Suche über den Channel direkt über Playlist über Suggested Videos die machen bei YouTube insgesamt also diese empfohlenen Videos die sie nach dem Ansehen bekommen die machen hier bei mir relativ wenig aber auf YouTube gesamt mittlerweile 35% des Gesamt Traffics aus sie haben ein paar demografische Daten wiederum die beziehen sich in dem Fall jetzt hier nicht auf die Personen sondern tatsächlich auf die Views Channel Videos können ja von Subscriber aber auch von Nicht Subscriber angesehen werden das lässt sich auch runterbrechen bis zu Stadt Alter ich glaube da sind zu wenig Daten da brauchen sie eine gewisse Menge damit das überhaupt angezeigt wird 100% Female interessant und sie sehen hier nach Datum den Verlauf des Channels es gibt hier wie sie sehen eine ganze Menge weiterer Dinge die sie sich ansehen könnten die Vice Type warum ist so etwas überhaupt interessant wer schaut meine Videos am Computer wer Mobiltelefon das ist eher untypisch vorlesungsbedingt sie sehen ich habe hier den überwiegenden Teil fast 5000 von 6000 am Desktop wenn sie jetzt einen Channel betreiben sind solche Einsichten natürlich hochgradig spannend weil sie die Grundlage sind für ihre Entscheidung möglicherweise setze ich eher auf Shorts oder Video Formate die gut am Handy konsumierbar sind kürzer mit größeren Untertiteln oder setze ich eher auf Desktop Videos ist übrigens auch ganz typisch unsere Vorlesungseinheiten dauern ja so zwischen 50 und 90 Minuten das ist eine viel zu lange Videolänge eigentlich im Normalfall meisten Nutzerinnen zumindest schauen sich solche längeren Videos dann eher auf größeren Bildschirmen als am Smartphone an also die Idee ist immer wieder wie das möchte ich Ihnen damit eigentlich sagen diese Daten sind natürlich kein Selbstzweck auf YouTube ist ein gutes Beispiel weil es hier wirklich sehr weit runter gebrochen ist es gibt diese Cards und die Endscreens die Sie in Videos einfügen können selbst zu denen bekommen Sie sehr detaillierte Daten oder diese Cards Sie kennen das sicher von YouTube Videos die Sie gesehen haben das sind diese Vorschläge die während des Abspielens aufpoppen fehlt auch diese Playlist oder dieses Video die kann man optional einfügen und da sehen Sie dann zum Beispiel welche diese Empfehlungen am meisten geklickt werden wenn Sie die Viewtime Ihres Channels optimieren wollen alles sehr sehr interessante Daten um sich zu überlegen sollte ich besser diese oder diese Playlist empfehlen ein ein wie gesagt sehr komplexes Thema wenn Sie allein hier einen Blick auf diese Liste werfen dann sehen Sie schon das sind über insgesamt über 15 Elemente die alle Raum für Optimierungspotenzial bieten das habe ich letztendlich vorher auch gemeint als ich gesagt habe das Problem ist in der Regel nicht dass zu wenig Daten vorhanden sind sondern Sie müssen aus diesen Daten eben sinnvolle Schlüsse ziehen auf LinkedIn das kann ich Ihnen anhand einer unserer Unternehmensseiten zeigen je mehr Follower eine Seite hat desto interessanter und aussagekräftiger natürlich die Daten die Sie da rauslesen können das hier in dem Fall ist jetzt die Just Connecting Seite das ist unser LinkedIn Trainer Verband sozusagen das ist die normale Besucher Ansicht und wenn man das jetzt als Admin sieht dann hat man hier ähnlich wie bei Facebook Zugriff auf eine ganze Anzahl von Analytics Daten auch hier können wir wiederum den Zeitraum wählen ich nehme wieder 365 Tage und wir haben hier aggregierte Daten also das waren kein schlechtes Jahr knapp 4000 Reactions 1500 Kommentare 217 Reposts und Sie können sich dann hier auch unterschiedliche Metriken anzeigen lassen hier auf dieser Seite hatten wir auch die eine oder andere Werbeanzeige laufen das heißt da wird dann unterschieden zwischen Sponsored Content das waren ganz konkret zwei Status Updates das sind hier die grünen gepunkteten Linien und die organischen Impressions hier auf den Pages sehen Sie auch die Unique Impressions also sozusagen die einzelnen Nutzer sind natürlich niedriger weil häufig Status Updates mehrfach angezeigt werden Sie können sich die Klicks auswerten lassen die Reactions Kommentare auf den meisten Plattformen ein interessanter aggregierter Wert ist die Engagement Rate das ist sozusagen die kompletten Reaktionen Likes Kommentare und Shares beziehungsweise was es jeweils plattformspezifisch gibt runtergebrochen auf die Reaktionsrate pro 100 Personen das ist natürlich sehr interessant wie sich das im Lauf der Zeit entwickelt für die Optimierung von Inhalten auch im Sinne von Storytelling Formaler Gestaltung welche Medientypen funktionieren für mich am besten ist diese Statistik sehr interessant was Sie hier sehen sind die einzelnen Beiträge in dem Fall hier die Beiträge der Page hier ebenfalls auf die letzten zwölf Monate zurück und da haben Sie dann ebenfalls aggregiert die Impressions die Views die Klicks der einzelnen Beiträge und da ist es natürlich hochgradig spannend zu überprüfen und auch etwas das viele Unternehmen laufend machen welche Beiträge haben eine besonders hohe Engagement Rate welche kommen besonders gut an eben immer wieder mit dem expliziten Ziel diese Themen beziehungsweise diese Art von Storytelling wieder zu verwenden Social Media Content Strategie oder Content Optimierung ist ein sehr iterativer Prozess man behält bei was funktioniert und verwirft idealerweise die Dinge die nicht oder eben nur schlechter funktionieren Je mehr Daten man sinnvoll aggregieren kann Dashboards sind dabei sehr hilfreich desto bessere Ergebnisse wird man erzielen und desto günstiger wird am Ende der ROI oder ROI fürs Unternehmen aussehen sicherlich einer der Vorteile in der digitalen Welt natürlich hat auch Monitoring und Tracking so seine Tücken es gibt eine ganz bekannte Anekdote aus den USA finde ich nach wie vor sehr spannend und zwar hat dir ein amerikanischer PR-Berater erzählt stammt aus der Frühzeit des Internet gab noch gar kein Social Media und zwar geht es da um eine lokale Handelskette ansässig in einem Teil der USA in einem relativ begrenzten Teil ähnlich wie Hofer eher im Niedrigpreissegment und mit einem Stammsortiment aber einem wöchentlich wechselten Sortiment von Spezialartikeln und diese Kette war dort schon sehr lange im Business und die haben immer ich glaube Montag Montag war es bei den lokalen Radiosendern Werbung geschalten für die neuen Produkte und dieser besagte Berater wurde dann eben hinzugezogen um die Möglichkeiten digitaler Werbung zu evaluieren und empfahl dann ich glaube Google AdWords gab es dann Banner Werbung und Google AdWords und so weiter die Manager waren aber da relativ skeptisch nämlich mit dem Argument dass sie mehr oder weniger ihr gesamtes Werbebudget quasi zu 100% für diese Radiospots ausgeben und dass sie das auf keinen Fall ändern möchten weil diese Spots eben sehr gut funktionieren was sie deshalb wissen weil am Dienstag also an dem Tag nach den Radiospots die immer am Montag geschalten wurden der Umsatz in den Shops im Durchschnitt um 50% 40% oder so höher ist also sprich sehr große Skepsis gegenüber digitaler Werbung war in der Beginnzeit natürlich auch wenig überraschend spannend war dass diese Spots immer relativ zeitnah am Wochenende produziert wurden und tatsächlich physisch damals noch auf einem Bandsp oder ACD oder was auch immer zu den Radiostationen gebracht wurden von einem Fahrer und eines schönen Tages hatte dieser Fahrer eine Autopanne oder Unfall oder was auch immer auf jeden Fall gelangten die Spots nicht ausreichend nicht ausreichend rasch zu den Radiostationen und wurden daher auch nicht ausgespielt das spannende daran war dass der Umsatz am Dienstag trotzdem 40% höher lag was natürlich die zuständigen Manager in der Einschätzung relativ überrascht hat der Punkt war einfach dass die Personen vor allem die Stammkunden im Lauf der Jahre schlichtweg gelernt hatten am Dienstag stehen dort die neuen Produkte in den Regalen und da gehen wir hin die vermutete Karsal Zusammenhang zwischen den Radiospots und den erhöhten Umsatz existierte schlichtweg nicht ich erzähle diese Anekdote um zu illustrieren dass solche Pitfalls oder solche Schwierigkeiten eigentlich überall dort lauern wo man möglicherweise zu optimistisch ist wo es um die Herstellung von Kausalbeziehungen geht das heißt ich glaube einer der wichtigsten Ansätze nicht nur in der Social Media Analyse sondern generell wenn es darum geht die Effekte der eigenen digitalen Aktivitäten zu beurteilen ist immer kritisch zu hinterfragen eigentlich eine Parallele die sie auch aus der Forschung kennen habe ich tatsächlich die richtige Hypothese getroffen und das auch immer wieder mal zu überprüfen ganz ganz zentral damit noch ein paar Anmerkungen zum zweiten Teil wie gesagt Social Media Monitoring ich möchte wissen welche Ergebnisse meine eigenen Aktivitäten erzielen Social Media Listening ich möchte wissen worüber Personen im Internet so sprechen es ist eine andere Art von Tools wie gesagt unsere Social Media Dashboards oder Statistik Tools die aggregieren die Daten aus unseren eigenen Channels diese Listening Tools sind wenn sie so wollen kleine Google Suchmaschinen für das Social Web die eben den öffentlichen Teil durch suchen und uns relevante Inhalte präsentieren die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungsformen ein nicht unbeträchtlicher Teil des Internet in dem Kunden sowohl zufriedene wie auch unzufriedene ihre Erfahrungen ihre Meinungen äußern sind Reviews in mannigfaltiger Form ganz wichtiger Touchpoint für Reviews natürlich Google Maps dort werden sehr viele verfasst Yelp das in Europa nicht mehr sehr populär ist in Amerika aber immer noch viel verwendet wird es gibt Reviews auf Facebook auf Amazon auf spezialisierten Medizinplattformen gar nicht so leicht da den Überblick zu behalten ähnlich wie bei Shitstorms ist es gerade bei negativen Reviews in jedem Fall vorteilhafter wenn das betreffende Unternehmen beispielsweise das Restaurant über das sich ein Gast beschwert reagiert das macht immer einen besseren Eindruck als wenn man negative Kritik einfach nur dastehen lässt in vielen Fällen kann es natürlich auch sinnvoll sein sich für positives Feedback zu bedanken mit Google Alerts kriegt man das zu einem Teil mit hier diese Plattform beispielsweise mit dem schönen Namen Reputology schreibt sich Manage Reviews from one place auf die Fahnen und was die tun ist nichts anderes als alle diese Plätze im Internet wo eben Personen Rezensionen verfassen automatisch abzugrasen und Unternehmen sein es jetzt Restaurants oder sonstige Unternehmen zu informieren wenn irgendwo erstens ein neuer Beitrag auftaucht was es ihnen ermöglichen soll möglichst rasch möglichst zeitnah zu reagieren enthält auch eine Sentiment Analyse das heißt das Tool versucht sofort rauszufinden ob ein Review positiv oder negativ ist das ist bei Reviews dadurch dass die meisten ja eine Sterne Bewertung oder in irgendeiner Form eine Zahlen Bewertung enthalten auch deutlich einfacher sie bekommen ihr Feedback an einem Platz gesammelt und ja können dann sozusagen auch diverse Trends wie viele Reviews generiere ich und so weiter messen nur um ihnen hier auch eine Vorstellung zu vermitteln das ist jetzt von den Kosten her noch einigermaßen überschaubar beginnt bei 25 Dollar und je nach Funktionen eben die sie da brauchen geht bis 110 Dollar im Monat sicherlich ein Betrag der für viele Unternehmen gerechtfertigt ist wenn es um ein sinnvolles Reputation Management geht das heißt das wäre ein spezialisiertes Tool das sich ganz konkret auf Rezensionen abstellt natürlich sind solche Bewertungen nicht die einzige Form in der sich unsere Kundinnen oder generell relevante Personen die sich für die Produkte und Services interessieren äußern es wird ja auch viel auf Social Media Plattformen angesprochen da kommen Tools wie Menschen Lüttex ins Spiel auch da gibt es eine breite Palette aus der man sich bedienen kann ich zeige Ihnen Menschen Lüttex hier nochmal beispielhaft damit Sie sehen wie so ein Social Listening Tool in der Praxis aussieht ich habe mich hier vor der Vorlesung registriert Sie bekommen auch hier so ein Dashboard und das beruht dann im Wesentlichen darauf dass Sie Keywords eintragen beziehungsweise Themen eintragen ich habe hier einfach nur mal meinen Namen genommen und dieses Tool hier das ist die Einführung das Tutorial das will ich gerne mal Sie sehen jetzt da werden so die Erwähnungen in dem Fall hier haben wir eingestellt November bis 14. Dezember werden angezeigt man könnte hier noch zusätzliche Keywords eintragen das habe ich jetzt nicht gemacht Sie sehen da auch direkt die Trends auch hier gibt es die Möglichkeit ähnlich wie bei Facebook oder bei den LinkedIn Pages Mitbewerber einzutragen um dann hier auch sozusagen die Häufigkeit der Erwähnungen zu vergleichen stellen sich vor Pepsi und Coca Cola sicher eine spannende Frage welcher Brand wird häufiger erwähnt und diese Dinge können Sie mit derlei Tools beantworten Share of Voice da geht es darum wenn über bestimmte Themen gesprochen wird wie häufig werden Sie im Vergleich zu Ihren Competitors erwähnt Sie sehen auch die Top Mentioners die Sie erwähnen auf den einzelnen Plattformen was Ihnen hier auch wiederum die Möglichkeit gibt darauf zu reagieren und hier mit diesem Advisor hätten Sie auch zusätzlich noch die Möglichkeit passende Keywords zu recherchieren und sich hier ein relativ umfangreiches Monitoring Setup zusammenzustellen natürlich auch mit definierbaren Alerts also wenn die AI Funktionen sind neu die sehe ich zum ersten Mal aber natürlich gerade bei diesen Analyse Tools wenn es um Sentiment Analysen geht oder wenn es um festzustellen ist das jetzt ein Beitrag wo man sehr schnell reagieren muss dann können die dabei natürlich ausgesprochen man könnte sagen Social Media Listening ist eigentlich fast so etwas wie das Pendant zur klassischen Marktforschung mit einem Unterschied wir arbeiten hier mit Found Data sozusagen wir haben als Grundgesamtheit den Teil der Social Media Kommunikation der für diese Suchmaschinen eben öffentlich indexierbar ist und natürlich ist das anders als die Ergebnisse seriös durchgeführter Marktforschung nicht repräsentativ nichtsdestotrotz ist es sehr sehr nützliches und hilfreiches Feedback und ich glaube Social Listening muss man oft auch im Zusammenhang mit der sogenannten Bell Curve betrachten da geht es sehr stark darum wie sich Informationen nicht Informationen sondern Innovationen in der Gesellschaft durchsetzen und zwar sieht diese klassische Glockenkurve so aus das ist so eine Normalverteilung kennen Sie vielleicht vom Onkel Gauss aus dem Mathematikunterricht Sie haben hier eine Gesamtmenge das ist die Fläche unter der Kurve die sich verteilt wir sehen hier zweimal 34% also rund 70% befinden sich hier im mittleren Bereich der Kurve dann haben wir hier jeweils 13,6 2,1 und 0,1% was bedeutet das jetzt wenn es um die Durchsetzung von Innovationen in der Gesellschaft geht oder um neue Themen dann gibt es hier vorne einen sehr kleinen Bereich von Early Adoptern die das sehr früh verwenden das wären beispielsweise die Leute die in den 80er Jahren ein wenn es ums Handy geht ein Mobiltelefon in ihr Auto einbauen ließen oder die Leute die sich vor 15 Jahren einen 3D Drucker selber zusammengebaut haben dann gibt es eine Adaptionsphase und irgendwann kommt Technologie dann in der Mitte der Gesellschaft an da hinten raus sind Personen die das ganz spät verwenden da bei den 0,1% tendenziell werden jetzt die Leute die immer noch kein Smartphone nutzen das heißt wir haben immer eine Frühphase da nutzen eigentlich nur die sogenannten Early Adopters neue Produkte und Services und der interessante Punkt beziehungsweise der Zusammenhang mit unserem Thema ist dass genau in diesem Bereich der Early Adopters sehr viele Personen anzutreffen sind die überdurchschnittlich viel über Produkte und Services sprechen was meine ich damit die typischen Nerds Personen die beispielsweise einen Channel betreiben indem sie 3D Drucker testen um bei diesem Beispiel zu bleiben sind sehr häufig die ersten die sich neue Technologien ansehen und eben auch darüber sprechen meistens Personen die sehr tief im Thema drin sind die sich sehr gut damit auskennen der klassische YouTube Testkanal der seit Jahren nichts anderes tut als eine bestimmte Kategorie von Produkten dessen und auch diese Art von Feedback ist natürlich für Unternehmen ausgesprochen spannend aber wie gesagt ist etwas anderes als eine repräsentative Untersuchung unter Kunden repräsentative Marktforschung unter Kunden beziehungsweise in einem überlegt zusammengestellten Sample also kurz gesagt Social Media Monitoring liefert uns Input und Guidance für die Optimierung unserer eigenen Aktivitäten Social Media Listening sollte uns relevante Informationen darüber liefern was das Internet beziehungsweise das Social Web so über uns beziehungsweise über unsere Produkte sagt und damit bin ich am Ende der heutigen Einheit über Social Media Analyse ich wünsche Ihnen eine wunderbare Vorweihnachtszeit schöne Feiertage und wir sehen uns dann im neuen Jahr am 11. Jänner im Hörsaal im UZA2 ich freue mich sehr auf den Gastvortrag von Toban Geiswinkler und ich glaube der wird auch für Ihre weitere berufliche oder Social Media Karriere sehr hilfreich sein schöne Feiertage und bis zum nächsten Jahr Jahr im Hörsaal Vielen Dank.